Oh, ich hab gar nicht gesagt, egal, 3, 2, 1, hallo, let's play Minecraft, nee, hey, hey, ach verdammt, hey, 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 und damit hallo, let's play Minecraft zusammen mit, aber dann Tim, ich hab jetzt erstmal so, weißt du, die ersten 5 Sekunden aufgenommen, so, äh, ich hab gar nicht gesagt, äh, 1, 2, 3, äh, he, 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 das war ja lustig, he, 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 so, übrigens, es kann sein, dass wir gleich keine Erde mehr im Lager haben, das geht nicht, wir haben 2 volle Doppelkisten, also, nicht mehr, wir haben keine volle Doppelkisten mehr, also, wir haben noch 1 halb voll, aber das ist schon recht viel, wir hatten aber mal 3, ich weiß gar nicht, wo das alles hin ist, mag ja, Terraforming, klar, okay, Leonard hat aber auch noch einiges in Erde, ja, nee, ist gut, so, aber wenn ich mir überlege, ist es eigentlich recht gut, dass wir aufgehört haben, alles zu terraformen und uns mehr an die Begebenheiten angepasst haben, stell dir mal vor, wir hatten wirklich gesagt, alles soll flach bleiben dann in unserer Stadt, dann Abendviertel und dann den, erstmal den Magierturm, übrigens, werd ich unter den, unter der gesamten Stadt einen Schwarzmarkt bauen, ne, werd diesen Raum dazwischen nutzen, diesen Raum, den du damals gemacht hast, wo du gesagt hast, die ganze Stadt ausfügt, ja, nicht nur das, ich werd wirklich die gesamte Stadt, so eine Art Keller, das wirst du nicht machen, damit, das wissen wir jetzt schon, aber du wirst zumindest, den Platz anfangen, langsam, ein bisschen zu nutzen, ja, 3, 4 Folgen anbauen, ja, und dann haben wir wenigstens was daran gemacht, das stimmt, laufen auch keine Mops mehr rum, weil das wird dann alles ausgeleuchtet werden, das wird in deiner Fantasie ausgeleuchtet werden, falls du länger daran arbeiten würdest, also, das wird von dir ausgeleuchtet werden, ich werd das mal aufbauen und du setzt an der Fackel, muss ja auch hier immer in der richtigen, was, äh, so, ne, und so, also mein Haus ist, fertig, quasi fertig, nice, wie viel Blöck hast du schon gesetzt? habst du ja jetzt den Fuhrkomplex abreißt, ne, ich mach auch nicht mehr so lange, und die Materialien anfangen schon zu besorgen, was? mach auch nicht mehr so lange, okay, willst du noch nicht arbeiten? au, leuchtet das Haus jetzt noch aus, damit dir auch ja nichts anfackelt, ne, damit dir auch keine bösen Sachen spawnen, so, jetzt hab ich natürlich, ich dachte mir erst kurz, kommst du noch ein bisschen an der Sieg mit, hab ich grad vergessen, egal, ach, ich will noch die Falltüren, so, hier die Eisengitter noch hin, dann, die Busche weiter, doch, das sieht ganz geil aus, die Frage ist, kommt da noch Busche, oder kommt da kein Busche? alter, oh, nice wonder, alter, nice, so, so, dann krieg ich schon mal die, ich will die ganzen Schafe, Schafe, ja, die Schafe haben es ja hier drunter, achso, du komm hier hin, dann hörst du die, Schafe, 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 Schäfung, das Hühnchen macht grad die Türen auf und zu, Realismus pur, ja, jetzt, was mit mir jetzt, ich hab gesagt, komm mal her, dann hörst du die Schafe, achso, warte, Moment, ein Block, okay, musst du jetzt was nachgucken, wie ich das nächste Mal, okay, ein Block, sorry fürs rauskommen, so, äh, bevor mach ich jetzt einfach eins, was denn, Moment, wo, sag ich mal her, dann hörst du die Schafe, ja, meine Schafe, oh, warte, ich geh mal jetzt noch den Wohnkomplex drauf, und mach dann mal ein Screenshot, ach übrigens, dass du noch ein Loch aufpasst, das hast du dir da reingeschlagen, wo, oben auf dem Glaster, achso, das sehe ich, ich hab ja Optifine sicher, ja, du nick Detectures, funktioniert es jetzt endlich, na ja, funktioniert, würd ich grad sagen, es funktioniert endlich mal bei mir, auf Seite 1,9, funktioniert es mal endlich, weiß auch nicht, weil ich anders gemacht hab, ich weiß es nicht, aber es ist schön, kommst du auch anders auf den, Sachverfolkomplex, das ist hier klar, ne, wie denn? wie denn sonst? aber eigentlich ist der geil, der Wohnkomplex, das ist eigentlich so, die Eingangszahl ist einfach so geil, die Eingangszahl ist cool, ja, das ist das einzig geile Momentan, jetzt ist die Sonne wieder fast unter, jetzt sieht man wieder, jetzt ist der äußere Teil des Wohnkomplexes hässlich, ja, der ist auch noch nie fertig gewesen, ne, ne, vor allem, da sieht man noch mein Haus, das ich teilweise abgerissen hab, wieder, ist da auch ein Teppich, ne, soll ich jetzt nicht mal, so, wie kommen wir denn sonst hier hoch, im Bergkur oder was? ja, ja, okay, so, David, sollte dann nicht hier mal, ne Taschenlampe hin, ja, ja, da sollte mal ne Taschenlampe hin, hier oben, schwarze Taschenlampe, die dann leuchtet im Dunkeln immer, ja, wie kostet Flashlight Gamers, ja, war mir jetzt schon klar, Alter, Julians, äh, Labyrinth, ja, das ist übertrieben, Alter, das ist nicht irgendwie ansatzweise fertig, oder? Nein, hat er nie fertig gemacht, Boah, ja, boah, zum Glück hab ich noch nach hinten gelenkt, Alter, ich hätt dich gelöscht, wenn du reingefallen wärst, Alter, so, und da, glaub ich hab sogar Feuerschutz, nur drei, ne, ja, du hast sogar Feuerschutz, siehst du, da geht's, oder? Ne, nur Schutz, nicht, pff, 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 der muss da so vorher dran kritzeln, pff, feuer, ist Feuerschutz, Minecraft ist Feuerschutz, glaubt mir einfach, pff, 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 guck mich nicht so an, pff, pff, guck mal, kann Gott formulieren, oh, klingt nicht so überzeugt, hast du jetzt schon anfangen, den Wohnkomplex abzureißen, beziehungsweise die Materialien zu sammeln, guck mir das Ganze jetzt mal an, was der Uran hier so macht, wo? Vorzu arbeiten? Eisentüren? Wirklich? Ja, ne, weil es ist ja, ähm, Hät keine Eisentüren genommen. Es sind ja Wohnungen. Ja, trotzdem hätte ich keine Eisentüren genommen. Ja, aber die, äh, Wohnungstüren sind.. Du kannst die aber.. Wie willst du die aufmachen? Ja, diesen Druckwarten vor. Woh. Ja, der Mann. Was? Und was sind die Zweifahr, also Meerfarbe, ich kann nur? Äh, weil das halt äh, verschiedene Mietshäuser, Das sind zwei Häuser, das sind Mehrfamilienhäuser, die Jungen. mehr von ihnen Häusern und hier kommt man halt jetzt die alle gleich aussehen lassen ja nur weil sie bei uns alle jetzt gleich aussehen es ist nicht dass sie da hat dass sie in anderen Städten nicht anders aussehen also ich glaube dass sie das ist übrigens ein Haus was es bei uns tatsächlich so gibt ich glaube ich würde vorbeigelaufen da gibt es echt so Entschuldigung ganz mal einigen übrigens noch Prozent so Ranken runter wachsen lassen aber es gibt viele Häuser die haben an dem an ihren Fassaden ja noch so Pflanzen wachsen wir machen ja den Haufen und immer wieder abzubauen gerade die Lebenblöcke ist scheiße die Blöcke sind scheiße okay nee ist bescheiden wo er die Einzelnen gemacht aha Tim Robert und ihr Monster wir müssen das ist so schnell weggerannt ich bin Hilfe nur Frau ne es ist mir hier zu viel ne ich hab die alle eingesammelt nein schon warum sind hier so viele Creeper sind denn noch Blöcke meint ja nee es bauen immer nur Creeper warum mein Team Alter hör auf Fackel zu planten und gleichzeitig möchte ich halt da drin haben damit es heller ist ey aber ich weiß ernsthaft nicht wie ich äh wie man diesen Wohnkomplex schöner wie machen hätte machen können ja auch nicht von außen von innen sieht der untergeil aus ja auch nicht von außen ja aber Verzierung für alle wawawawawand wawawawand 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 wir ach so ja und so schienen und glasboden und unten bauwunnen jaja so leute so wenig seht ich kann nichts machen und eigentlich mein Teil des Hauses abreißen der Mann ja mach ich auch weil ich kann man unter und unterlos Labyrinth weil das muss ja das kommt auch weg ja ich bin hier so ein bisschen das ein bisschen wir müssen das oder so auf die Hörer hier ne was ist das so oder so auf diese Höhe ja auch ja ich werd das hier noch paar Blöcke vorziehen hier diese Erhöhung ja und dann drauf dann ne Mauer bauen ja und dann kommt das Gebäude dann hier vor weil ich hab hier ja auch den riesen Platz noch umgemacht ja da ist ein mega Platz ja kommt das weg wir müssten den gar nicht ich weiß nicht ob wir den Ohrenkomplex überhaupt abreißen müssten wir würden den aber abreißen weil der ultra hässlich ist Junge das in der Erneuerung so der Wandel der Zeit wir müssen ja so ein Gedenkloch Jules wird jetzt schon Screenshots machen bei der mit der Veränderung der Stadt von oben ja ja ach was du schon jetzt bei den Sachen hab ich schon ein paar Screenshots gemacht von denen hier also von denen was ich gerade mache also das mach ich gar nicht von oben so wie wir es bei dem Bestop gemacht hast ach so ne ich hab ja immer die Saves ist jetzt egal wenn ja trotzdem ich werde nicht hören willst ja ich würde ja Zeit offen auch wenn du es direkt machen ja das so schrauben können machen ja ja halt du scheiß krägern da also so quer geht es aber ich kann ja gar nicht ob der überhaupt einen Block zu stellen denn er hat wirklich auch mal wieder einen Bogen glaub ich auch wenn dieses vordere... ey Tim eigentlich glaub ich wenn dieser vordere Teil des Wohnkomplexes weg ist hätten wir schon genug Platz zumindest mal ein... ja lass einfach bis hier machen oder? guck mal... einfach bis hier dann haben wir hier so einen Durchgang ja das ist schon klar aber wir müssen schon das hier alles wegmachen ja das kommt weg und dann ist hier so ne... das Tor weißt du? ja warte ich will was zeigen komm wir schon wieder ins Gelände an wenn das da hier auch wegkommt ne der Glasteil hier dieser riesige geile Glasteil und dann käme mein Gebäude noch weg weil das ist echt hässlich ja ultra hässlich dann ist echt nur noch Deins und Döllos Gebäude da könnten wir den auch bis hier hin ziehen den Teil von dem Komplex was wir da bauen boah... aber ich find... ich find diesen Durchgang einfach mega geil ja den kann... das kann man ja benutzen dann kommt hier der vordere Teil davon also hier so ein vordere Teil... das besteht ja nicht nur aus einem Gebäude dieser Komplex ne... ein großer und mehrere kleine ja dann kann man hier so ein Kleine... die Kleinen hier hinsetzen und den Großen dann hier so ich weiß noch wie hier einfach ein mega Berg war jaaa alter alter das war so krass ich wollte ja eigentlich so ein Tempel da eigentlich ja da war ja auch mal ein Tempel drin und dann kam ich ja und ich wollte da hinten wo mein Haus jetzt steht in diesem Schnee Ding also dahinter ist ja Schnee wollte ich einen riesen Iglo eigentlich bauen ich bin die Höhle aber die da ist so geil welche... ach so ja die bleibt auch auf jeden Fall ja ja ich bin zu meinem Haus dann quasi verbunden mit der Brücke die Brücke ist auch so verbindest du eigentlich äh äh dein Haus mit deinem anderen Haus ja also dein Haus in der Stadt mit dem hier geil... nein geil... nein geil... nein schutz 2, schutz 3, schutz 2 hier kriegst du du hast doch dir Sachen an, oder? jetzt weiß ich doch so Endsachen nicht da liegen Entschuldigung Entschuldigung das sind Sachen die ich nicht brauche ich will noch Glas reinmachen, aber... dann brauchst du nur noch blauen Leben ich? ne ne ich hab jetzt keinen blauen genommen, sondern braun du brauchst du den blauen ne blauen brauch ich ja nicht, also eher hä? ich hab äh geguckt was zu meinem Haus was der blaue... wenn du voll zu blauen Leben brauchst, ist der im Lager... ne ich hab ein... ich hab doch selber... ich dachte... ich wollte den anbieten... sag ich mir nicht brauche... hätte der sein können das äh... ne ich behalte den jetzt... ne ich hab... kann ich noch gebrauchen... für unser Projekt... ich warte noch ganz kurz bis die Sonne aufgeht... ich hoffe die Sonne geht grad auf... ja geht... ne... ja ist mir klar... ich will euch zeigen... wir haben es euch gefeiert, Leute... ich glaub nicht, dass du unten gehört was bringt... wir haben es euch gefeiert, Leute... und ihr habt ihr euch gefeiert...